ja bestimmt herbst Christoph Rea also auf unserer normalen Map regnet es gar nicht mehr so oft zumindest Zeit überwinden und wir beide das machen müssen und mann ich komm nicht auf den letzten die Web ist schaffbar die Challenge ist schaffbar die will ich schaffen die geb ich nicht auf ich weiß es noch nicht weil der nichts weh ist komm raus mit dir das hat geholfen aber wo rennst du denn du also draußen ist bessere Luft einfach kurz mal frische Luft stoppen ja guck mal ich bin da ganz oben drauf gespawnt bin fertig Kraft ich hab deinen Namen gesehen was hast du denn gerade hingesetzt ein Holzblock der hat die Fackel kaputt gemacht aber spinnst du das springt ja jedes mal von da draußen ach mann jetzt bin ich zu duft diese einfachen Sprünge zu machen da oben was ist denn daran so lustig und wenn du schief springst das ist doch bestimmt gar nervig weiß ich nicht ich muss halt gerade laufen nehm nochmal Anlauf nehm nochmal Anlauf nehm nochmal Anlauf das gibt's nicht am Ende ist länger du musst ganz 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 zum Schluss abspringen der ersten schaffst du das kribbelt schon wieder so in der Hände oh oh nehm oh das kribbelt aber halt ja du weißt ja wie kann ich immer mit meinem Maus klicken das kribbelt ach ich bin total nervös Mann ich will das schaffen ist aber echt machbar komm mal runter ist viel lustiger wenn ich das erst schaff da hinten bist du runtergefallen, so ist da so ein Grat gesprungen ja ich weiß neiii komm ich will's klatschen hören neiii ich bin drauf gewesen und Leute wo bin ich denn verdammt mich ich war drauf gewesen und bin weiter gehoopt hä aber bei dem Leitern gibt's immer wenigstens ne Absicherung fuck letzter Sprung ja vorletzter sozusagen scheiße aber aber ich hab das raus ich hab das raus ich schaff das ja ich brauch bloß Anlauf hier unten ohne Anlauf geht gar nix die geb ich noch bis wenn wir hier bis einer weint bis einer weint selbst dann mach ich noch weiter ich will das schaffen ich würd sagen schwer mach mal ohne anzugucken ne tschüss so jetzt 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 ist ein guter Lauf das ist deine Wangen Junge das mag ich jetzt hab ich im Blut weißt du was nämlich das nervösen also was dich ja nervös macht was weil weil das hier vier mal vier äh zweimal zwei Blöcke sind und der danach ist länger und dadurch hast du ein anderes Gefühl wann du abspringen musst einfach nur und deswegen wirst du nervös ne darum schaff ich das nicht hallo was ist denn du nix ich hab das Gefühl aber da fällt schon runter und dann springt er doch noch mal das gibt's doch gar nicht warum kann ich nicht schlagen das ist jetzt so Rindvieh mach dich jetzt doch nerf warum krieg ich denn am Ende immer Shift nix nicht das Schiff brauchst du ja eigentlich gar ne 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 ok ist gut Steuerung brauche ich hier auch ne nochmal anders wir haben vorn scheiß anders, ich hab's gemerkt was ich höre ich hoffe nicht schaut man das nicht ner Aufnahme weiß ich höre WOND warum ist denn hier die Minecraft Musik aus dennoch aggressiv machen mann so jetzt auch das ist doch Mann, das ist Wieso schaffe ich das denn hier? Der hier, bei dem hängt es jetzt. Warum? Loll. Komm, das ist jetzt aber ein einfacher Sprung. Von der Leiter auf das Ding. Das habe ich vorhin auch schon mal geschafft. So, jetzt aber. Ne, wie kommst du denn immer da hoch? Wie, was meinst du, wie kommst du denn da hoch? Über die Dinger, die hier überall hängen. Die sind die Kinder auch nicht. Und mit genügend Anlauf. Oh, ganz schön. So, das jetzt. Oh, Mann. Oh, ich bin nicht in die Tür gerannt. Ja. Das mit dem Redstone immer mal andere Wand, das hat was, hä? Ach, so eine Scheiße einfach nur... Die Map heißt übrigens Pixel, weil das ja alles Pixel sind. Seht ihr das? Seht ihr das? Eigentlich durfte ich jetzt gar nicht als 128er Texture Packer benutzen. Du machst den Link in der Beschreibung. Weißt du da, Mapier? Hm. Natürlich. Das vergisst du eh. Ne, ne, das, sowas vergesse ich nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mal irgendwas vergessen, wo ich gesagt habe, das blende ich jetzt ein. Ja, mit einblenden hat es das. Wo war denn das jetzt, hä? Wo das war? Ne, irgendwas Neues ist, glaube ich, noch gar nicht raus. Habe ich auch gesagt, das blende ich jetzt ein. Habe ich sogar vergessen. Das ist immer das Schlimmste, was du sagen kannst, wenn du irgendwas machst. Ja, ich blende das mal hier ein. Den Satz darfst du eigentlich nicht sagen. Was auch cool kommt, ja, das schneide ich jetzt raus und wir treffen uns gleich wieder. Ja. Und dann schneiden die das nicht raus. Danke. Kackt. Ach ja, das ist jetzt so, jetzt aber, ja, ja. So, jetzt, jetzt, der Lauf, der wird es jetzt so. Das werde ich zufalt noch wissen. Okay, der wird es jetzt nicht. Wie bereits erwähnt. Keine leeren Vorsprechungen. Zu dem habe ich nichts gesagt. Hallo. Lass meine Fackel stehen. Den springt man aber besser. Weil Fackelläufer sind schnell und die können man auch springen. Kriegst du mit der zur internationalen Raumstation? Das war so auf den Sack. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kommt man da nicht mehr hoch. Absolut. Ach man, jetzt ist die Konzentration wieder weg gerade. Komm, lass sie aufgeben. Nein. Ich schaffe das. Du vielleicht, aber ich schaffe das auch. Das ist machbar. Ey, der letzte Sprung, man. Der geht einfach nicht. Der geht einfach nicht. Der geht einfach nicht. Das ist wieder Kopieren. Der geht einfach nicht. Dann kannst du mal Kopieren. Kopieren. Kopieren geht über... Studieren. Was soll denn das jetzt hier gerade? Ich habe es genau gesehen. Komm, ab ins Loch. Nee. Hier auf dem Block kannst du nicht mal schlafen, damit ich einen übsten Abgang da nach hinten mache. Ich mache Impflooks Inventar auf. Warum? Weiß ich nicht. Warum denn nicht? Das wird mal geschafft. Warum denn nicht, ist die Frage. Mann. Das letzte Mal, als ich da hinten war, habe ich es nicht geschafft, von der Leiter auf den Block zu springen. Ja, aber das ist mir auch gerade passiert. Ja, das ist recht, es kommt wieder... Hier schaffe ich es nicht. So, jetzt aber. Das ist doch... Wenn du es schaffst, gebe ich es auf. Na, dann stelle ich schon mal darauf ein, dass du es nicht aufgibst. Was ist, wenn ich es schaffe? Mach ich weiter. Liebe Zuschauer, wenn dir irgendjemand schreibt, das ist langweilig. Das ist nicht langweilig, das ist interessant. Bewegt dich, bitte. Schau dich jetzt so hoch, du schlampe Scheiße. Jetzt bin ich genauso doof wie du, ne? Bin jetzt original hinterher gesprungen. Ach komm, so wird das auch nix. Ab ins Löchlein, ab ins Löchlein. Da bleibst du jetzt. Hallo. Hallo. Ach man, ich will nicht mehr... Mensch, ich will nicht mehr trauer Kekse essen. Was sind denn das für Kekse? Sag mal. Nein, ich kann keine Produktplatzierung machen. Könnte sein, dass wir mittlerweile... Das finde ich gerade bei einem bestimmten YouTuber cool, dass die das machen. Hast du das mitgekriegt? Es könnte mittlerweile sein, dass wir auf dieses Video Werbung geschaltet haben. Hallo. Was, in welcher YouTuber? Dass die das jetzt mal ansachen. Meinst du die mit dem grünen... Ich trinke gerade von meiner Apfelschorle oder so. Mh, lecker Milka. Oh ja, wieder ein tausend.